Nein, die soll auch kein Damage machen, dafür ist sie auch nicht da, die kocht sich nur weg. Wow, läuft. Gleich Endgame. Alter, wie alle hier sind, ich geh mal weg, ne? Hey, auf zu schießen, auf zu schießen. Wer bist du denn? Bin Inno. Ja, ich bin Inno. Aber Sasuke ist bei mir, ne? Wie macht man das denn? Müssen wir nicht nachlaufen. Wie macht man was? Da ist schon was explodiert, was geht da ab? Pistol, Auni oder wieder andere Waffen? Du bist gecallt, lauf mir nicht nach. Was hast du gefragt, Germ? Pistol only oder kann man auch andere Waffen? Ne, 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 wir machen alle Waffen. Lol, das Ding hat mich irgendwie teleportiert, Alter, lol. Was für ein Ding? Hier, German ist hier bei mir, ne? Ja, ja, ich weiß, wo ihr seid. War Hex oder was? Wer schießt hier denn schon? Geht ja auch nicht. Das ist jetzt gay. Ihr habt Prop Flying ausgemacht, all ihr Schweine. Das war irgendwie mit dem Ping eigentlich. 59, okay. Entschuldigen wir uns einfach mal ein bisschen rum, Mann. Richtig geil hier, ne? Die Map ist richtig scheiße. Ach du, dir gefällt auch keine Map. Ah, ah, ja, nein! Da ist schon wieder runtergefallen. Hat jemand gesehen? Ich bin aber nicht tot. Ich muss kurz was sagen. Ah! Wenn mich jetzt tötet, den... Lukas ist es. Ah, wie geht's? Lukas ist unten am Strand. Na, ist das Luca? Ich guck, komm. Pizza. Der seinen Namen immer nicht geändert hat. Warum sollte ich ihn noch ändern? Ja, fuck man, wo ist hier jetzt hin? Man verwechselt dich immer ganz oft mit, mit, mit Skawfi und so, wirst du? Germ oder Pizza, einer von euch beiden ist es. Habt ihr es zugehört? Warum? Bist du es nicht? Weil Lukas der andere ist. Ich bin es nicht. Lukas, ich hab doch gerade Maurice confirmed. Er ist Germanist. Ne, ich bin der nur. Einer ist in dem roten Haus. Ich im roten Haus, in dem kaputten Haus. Warte. Sind wir jetzt mit zwei Traitor oder mit einem? Zwei Traitor. Lukas schießt auf mich. Ja, ja. Ja, Lukas ist es doch auch. Ah, Mann, hör doch mal zu, ey. Ja, aber... Lebst du noch? Oh Gott. Oh Gott. Shit. Lol, wenn's jetzt gelichtet ist. Pizza, lebst du noch? Ja, ihr beiden seid es. Na, du bist es. Fuck off. Woah, die Disco war fies. Lol. Hä? Doch nur ein Traitor? Ja, nur ein Traitor. Ja, nur ein Traitor. Okay, ja. Da ist ein Traitor. Ich hab zwei eingestellt. Fünf. Wuhuu. Toll. War nur ein Traitor. Vielleicht soll German später als gejoint. Kann auch sein. Kann auch sein. Meinst du? German, dann shoot. Ich kenn halt den ganzen Namen von euch nicht, Mann. Das ist halt ein bisschen im neuen Gerade. In-Namen, Lukas? Ja, ich mein, das reicht ja, wenn du den In-Game-Namen von den Leuten sagst. Ja. Aber den muss ich auch erstmal sehen. Ich bin ein Traitor. Aber der wurde schon geschossen, Mann, bei mir. Ich bin ein Traitor. Ich bin ein Traitor. Okay, schieß auf Lukas. Äh, 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 Lukas ist hier oben bei mir, ne? Bleib weg von mir, du. 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 Bleib weg von mir. Du. Okay. Lukas hat eine Shotgun. Geh weg. Geh weg. Geh weg da. Wie mach ich das? Ah. Ne. Wo seid ihr denn? Mein Arm auf den Neusturm. Cool? Ne, das war meine Waffe. Ah, cool. Ja, du hast es reingeworfen. Ne, das glaube ich, habe ich geworfen. Ich habe es stampelt. Mal rausgetreibt. Easy. Okay. Ich glaube, es gab hier. Hä, was ist los? Hä? Ich laufe hier rum. Oh, was ist los? Map failed. Alles klar. Wer ist denn jetzt raus? Danke, OBS, dass du einfach, äh, Da ist jemand gestorben. Irgendwer ist zu Tore geschwungen. Oh, was schaust du aus? Oh, lol. Ist es euer Ernst? Alter, warum tötet die? Toll. Wegen dir, Lukas, dachte ich, dass du jetzt, ähm, Trader bist. Dankeschön. Aber das hätte ja eh gehen, glaube ich. Was ist da gerade passiert? Hallo? Hat sich jemand gehealt? Ja, ich habe noch zwei Minuten, alles gut. Oh, was? Man stirbt, wenn man in Wasser geht. Warum sagt ihr nichts mehr? Discord. Lol. Ja, jetzt hören wir dich wieder. Was geht ab bei dir? Hä? Dir hat es nicht gesprochen in-game. Nee, wir haben dich nicht gehört. Ja, Discord. Und du bist bei mir dann einfach irgendwo runtergefallen. Ich war im Wasser gewesen. Ah, okay. Ja. Inno. Inno. Schon wieder mal. Trailer. Okay, komm wir uns, Asuka. Was ist denn eine Plasma-Granate? Äh, die stickt an jemanden. Gelobet. Wer ist denn hier eine Testperson? Ich baue mal eine Testperson. Töte dich selber. Äh. Hallo. Ja. Ich stehe schon länger da. Du hast mich nur nicht mitbekommen. Äh, lol. Wir sind einfach zwei Leute oben. Hm. Ich gehe mal weg, ne? Ich komme nicht durch. Okay, das sind eine Plasma-Granate. Okay. Geh, lass mich doch raus. Was ist denn mit dir? Alter, wo war denn grad diese Explosion? Lukas, wirft Granaten auf mich. Das ist eine Disco. Ja, super. Oben auf dem Turm. Alles klar. Okay. Geh, geh. Lukas ist tot. Ist er runtergefallen? Nein. Äh. Wer ist, hat ihn getötet? Armer. Ah, okay. Ja, der ist, der kommt gerade den Turm runter. Ich habe noch... Wait, hab ich ihn? Der kommt den Turm runter. Der einzige Gegend ist Skarpiel. Kreuz müssen wir noch lernen, ne? Moment. Oh mein Gott Ich habe keine Munition mehr Das ist so lächerlich, Mann Ja, bevor ich weiterreden konnte, hast du mich sofort schon umgeballert Ja, weißt du, ob er als Traitor den Turm rückwärts runterläuft, ich bitte dich Ja, ich kann mich nicht bewegen Ey, das ist doch ein Scherz, Mann Jetzt hat er die M16 weggekommen Ja, ist ja gut, nach der Runde stelle ich es um Oh, okay Lass mich durch Ich habe keine Waffe Gibt ihr überhaupt einen Traitor-Tester eigentlich? Nein, doch, nein Hier vorne gibt es Schrotzen, hier, komm So wie Süßigkeiten, hier gibt es Süßigkeiten Da drin Du musst mich doch hier nur reinlocken Alter, ich bin doch schon längst weggegangen, ich bin schon auf der Brücke Muss ich mir merken, auf Turm sind Shotguns Oh, da hat jemand Weg hier Wie aktivierst du denn den Aufzug? Auf den Knopf drücken Ja, geht nicht Der ist nicht da Na, hi, Scaffi, Scaffi, Scaffi Dann sollte man sich nicht drunter stellen Ich habe da gerade eine Bombe, ja, würde ich nur sagen Äh, wie mache ich das denn? E? Ja, mit E auf den Okay, alles gut Alter, was ist das, Alter? Was ist das, Alter, Alter? Uncool, uncool Uncool Was ist das? Das war, das war, äh, wie, Friendship Beam oder wie man es denkt? Ja, Friendship Beam Ich glaube, das war Lukas Lukas oder Pizza Einer von euch beiden Kommt hier die Musik her auf einmal? Die kommt von demjenigen, der den abgeschossen hat Lukas? Ach, stimmt Ja, habe ich hier Lukas? Ich sage mal Lukas, ist tot? Lukas, tot Nein, der lebt noch, der ist das Ich habe ihn aber gerade confirmed, Alter, der ist tot Dann kannst du nur Scaffi sein Ich bin es nicht, Mann, ich stand doch direkt neben dem Turm Meinst du? Alter, du hast mich gesehen Du bist zweit Oh, ist das so? Ey, Leute, German ist tot Feels bad, man Heizemol, Pizza Wollte eine Taube schmeißen, ja Oh, ich bin ja tot Oh, second chance, ernsthaft? Safe Ich bin ja tot Nice. Bin ich behindert, ey? Scheiß Haus. Kann ich nur zustimmen. Juhu. Habe ich dich ja nicht mit dem, äh, Friendship Beam getötet? Und ich sag noch, entweder es ist Lukas oder Pizza, wie mir keiner zuhört, Mann. Gut, der einzige, der mir noch zuhören konnte, war German. Der hat für mich gepeilt. Suzuki! Er hat für mich gepeilt. Aber ich konnte nichts sagen, weil ich tot war, ne? Suzuki! Naja, ich wusste es halt nicht. Einer von euch beiden halt. Ich fall den Turmhund. Und jeder, was jeder sieht. Ist eigentlich letzte Runde? Ah, ne, zwei noch. Lolli, einfach jetzt schon eine Explosion, da aber... Oh, Lolli, ich hab... voll... Ich hab voll in die Fenster eingeworfen von hier hinten, Alter. Da brennt's jetzt drinnen. Leuchtturm. Au. Oh, äh, German ist es. German ist es auf jeden Fall, der hat hier Pizza abgeschossen. Ne, ich bin Inno. Alter, what? Alter, von wo? Wollt ihr mich verhaschen? Ja, vom Leuchtturm, oder? Leuchtturm, oder?